Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von meinem Star Wars The Old Republic Guide. Heute tun wir mal schnelles Leveln durchgehen, wie man vielleicht ein bisschen schneller leveln kann. Bevor wir jetzt alles einzeln richtig durchgehen, mal eine kleine Zusammenfassung von 14 einzelnen kleinen Punkten, die man beachten kann, wenn man schnell leveln möchte. Punkt Nummer 1 fängt schon in der Charaktererstellung an. Erstellt euch einen Stealth-Charakter, das heißt ein Charakter mit Tarnofähigkeit. Warum? Ganz einfach. Mit so einem Charakter kann man an Feinden vorbeischleichen und muss nicht jeden unnötigen Kampf, der auch Zeit kostet, mitnehmen. Punkt Nummer 2. Macht die violetten Quests. Bevorzugt diese Quests, denn das sind die Haupt-Story-Quests, die planetarischen Quests und die Expansions-Quests, die geben euch am meisten Punkte. Die anderen Quests, die gelben zum Beispiel, könnt ihr komplett ignorieren. Wie gesagt, macht nur die violetten Quests. Der dritte Punkt verwendet XP-Boosts. Ich habe auf diesem Char jetzt keinen mehr, weil er Max-Level ist. Meine liegen in der Vermächtnisbank, beziehungsweise andere Chars haben XP-Boosts noch. Immer aktivieren, dass hier ein kleines Symbol mit XP-Boost steht. Denn ein XP-Boost gibt euch 25% XP-Boost, wenn ihr den aktiviert. Ihr erhaltet sie im Laufe des Spiels immer wieder kostenlos, durch die Haupt-Stories, wenn ihr die abschließt. Der nächste Punkt ist Punkt Nummer 4. Tretet einer Gilde bei, denn Gilden haben die Möglichkeit, euch XP-Boosts zu gewähren. Wie zum Beispiel dieser Boost hier in meiner Community-Gilde. Punkt Nummer 5. Abonniert das Spiel, denn wenn ihr das Spiel abonniert, erhaltet ihr nach Level 20 einen 20%igen XP-Boost. Gibt also einen kleinen Vorteil. Punkt Nummer 6. Max verwendet immer die Schnellreise-Funktion, um irgendwo hinzureisen. Ja, im Moment kostet das wieder ein bisschen Credits, aber der Zeitaufwand lohnt sich, wenn ihr den umgehen wollt. Denn wie gesagt, schnelles Leveln bedeutet auch weniger Zeit verschwenden. Punkt Nummer 7. Pick-up-Heroics, also historische H2-Plus- und H4-Missionen auf 9 Planeten, dienen nur dazu, um die Shuttle-Fähigkeit Schnellreise zu nutzen. Stell sicher, Punkt Nummer 8, dass du so schnell wie möglich einen Speeder bekommst oder ein Reittier, denn damit erhöht ihr ebenfalls eure Beschleunigung. Für Abonnenten gibt es Abstufe 10 einen, Free-to-Play ab Level 25 und auch für bevorzugte erst ab Level 25. Allerdings kann man ab Level 1 schon freischalten über das Vermächtnis. Von daher gar kein Problem. Wie gesagt, das Vermächtnis ist sehr, sehr wichtig. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht zum Vermächtnis, das ich in dem Moment natürlich auch verlinken werde. Punkt Nummer 9. Entsperre jede Option auf der Schnell-Level-Liste, zu der ich gleich noch kommen werde. Punkt Nummer 10. Sobald man die Flotte erreicht hat, nach der Quest Fähigkeiten Trainer suchen und alle und mit allen berufen Händlern reden. Hier Festung und Crew-Fähigkeiten, denn die geben alle XP. Sobald man ein eigenes Raumschiff hat, sollte man sogenannte Hochebenen-Planeten erkunden für einen guten Explorations-XP-Boost. Allerdings sollten hochrangige Feinde vermieden werden. Die besten Planeten sind in folgender Reihenfolge. Megsha, Onderon, Rishi, Yavin 4, Manan, Oricon und Makep. Punkt Nummer 12. Auf Stufe 10 kann man mit der Warteschlange für PvP beginnen, was super XP bietet, wenn die Quest einmal gemacht wird. Allerdings Obachtspiele auf niedrigem Level sind nicht so häufig. Wenn du die Geschichte nicht so sehr magst, also oder sie schon kennst, dann skippe jedes Mal einfach durch, denn das spart ebenfalls Zeit. Des Zeitlich begrenzte Doppel-XP-Events achten, also auf Events allgemein, die sowas geben können. Der absolut schnellste Weg allerdings, um Power-Leveln zu können oder generell um schnell hochzukommen, sind sogenannte Commander-Token oder Master-Datacron-Element. Kann man im Kartellmarkt, kann man sich das holen, beziehungsweise wenn man Abonnent ist, zum Beispiel kann man hier Charakter erstellen und es wird direkt ein Stufe 70 Charakter erstellt. Sobald du ein Schiff hast, kannst du XP durch erkunden sehr gut bekommen. Auch mit einem niedrigen Level ist dies dann durchaus möglich, Orte anzufliegen und zu erkunden, die eigentlich noch nicht von der Story her dran sind. Je höher der Planet, desto mehr XP bekommt man natürlich. Zum Beispiel auf Level 25 gab Onderon 16k XP für Erkundung eines neuen Gebiets, aber Yavin gab nur 10 pro Standort. Perfekt geeignet für diese Art zu leveln sind wie gesagt Megsha, Onderon, Rishi, Yavin 4, Manan, die alte Version, Oricon hat allerdings leider kein Taxi. Makep. Allerdings gibt es auch einige Orte, die man nicht erkunden braucht, beziehungsweise die man dafür nicht holt, weil sie als vorgeprüft gelten. Das sind Runok, Manan, die Invasionszone, Dantuin, Odessan, CZ 198, Sektion X und das Schwarze Loch. Und es gibt Orte, die man nur über die Geschichte halt erreichen kann, wie Iokat, Zakul und Siost. Alle anderen Orte kann man erkunden. Eine weitere schöne Möglichkeit mehr XP zu machen sind sogenannte Helden-Quests, also die Heroic-Quests. Als erfahrener Spieler ist das sehr zu empfehlen, für Anfänger ist das eher weniger zu empfehlen, aber über diese Quests macht man auch jede Menge XP gut. Da ich allerdings, wie man es bereits von meinen Stoke Guides kennt, eher mehr in die Richtung der Anfänger Neulinge gehe mit meinen Guides, werde ich wie gesagt auf die Heroic, auf die Helden-Missionen jetzt nicht sonderlich groß eingehen. Wie gesagt, das ist eher etwas für erfahrenere Spieler. Was man auch noch gut nutzen kann ist, wenn man die wöchentliche Flashpoint Missionen macht, beziehungsweise generell Flashpoints, darüber bekommt man ebenfalls gut XP. Über den Gruppenfinder muss man das dann machen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Wobei die Flashpoints auch als der einfachste Weg zum Leveln gelten. Neben den Helden-Missionen, wobei die Helden-Missionen wie gesagt eher für erfahrene Spieler sind. Die Flashpoints kann man auch so machen. Erfahrene Spieler haben oft viel mehr Möglichkeiten, um schnell zu leveln, da sie mehr Freischaltungen haben. Wenn du ein erfahrener Spieler bist, gibt es jetzt eine kleine Checkliste für dich, wie du besser leveln kannst. Als erstes XP-Boost. Zweitens Gilde beitreten. Drittens Verbesserter XP-Boost freischalten. Viertens sehr früher Begleiter holen. Geht über den Kartellmarkt zum Beispiel. Sechstens Boost Companion. Siebtens Kleider-Speeder ab Level 1. Also auf Level 1, sorry. Speeder auf Schnellleiste legen, wie ich das hier auch habe. Ab Stufe 20 Schiffsreise. Der portable Händler mitholen. Tragbare Vermächtnis und Frachtbank und neuerdings seit dem neuesten Update auch tragbare Tauschbörse. Razors Schnellstart Tactical. Victorious Pioneers Z XP-Rüstung. Aufsteigen während der Bewegung gibt es im Vermächtnis. Raketenschub gibt es ebenfalls im Vermächtnis und Schnellreisefreischaltung gibt es auch im Vermächtnis. Kommen wir zum verbesserten XP-Boost über das Vermächtnis. Da haben wir zuerst mal Klassenmissions XP-Boost ist da zu bevorzugen. Für jede Klassenmission erhaltet ihr dann mehr XP und danach halt die Erkundung ist ebenfalls zu bevorzugen. Zusätzlich kann man dazu noch den normalen XP-Boost dann verwenden, den man halt über die Klassenmissionen immer bekommt. Desto früher man mehr Geschwindigkeit hat, desto besser. Bedeutet hier Stufe 1 so früh wie möglich Kleiderfreischaltung freischalten. Das sind allerdings alles Charaktervorteile und keine Account-Vorteile. Bedeutet, ihr müsst es mit jedem Charakter freischalten. Es gibt allerdings auch vermächtnisweite Freischaltungen, wie zum Beispiel die hier verbesserte Transportmitteleinsatz. Während man in Bewegung ist, kann man ein Reittier oder ein Fahrzeug rufen. Und natürlich auch der Raketenschub, den man ebenfalls vermächtnisweit bekommt. Es gibt dann auch noch die globale Schnellreise, die man freischalten kann. Und das eigene Raumschifftransport. Wie gesagt, genauso wie der Flottenpass. Alles sehr nützliche Dinge, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, freizuschalten. Dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, sehr früh an Begleiter zu kommen, wie Darth Hexit. Um sie zu verdienen, muss man 40 Aktivitäten durch den Gruppenfinder absolvieren. Sobald sie mit einem Charakter verdient wurde, sollten alle Charaktere sie durch Post bekommen. Allerdings kann man sie auch, wenn sie nicht dadurch kommt, über die Sammlung für alle Charaktere immer wieder freischalten. Kostet ungefähr 10 Kartellmünzen, wenn ich mich richtig entsinne. Genauso gibt es auch die Möglichkeit HK51. Ist die zweite Option. Zuerst, um ihn zu bekommen, muss man eine lange Questreihe abschließen, die auf Sektion X beginnt. Sobald man ihn einmal verdient hat, kann man für eine Million Credits zahlen. Oder 350 Kartellmünzen, um ihn auf jedem ihrer zusätzlichen Charaktere automatisch zu entsperren. Es gibt noch weitere, die man freischalten kann. Insgesamt vier Stück, die es ursprünglich als Abo-Geschenk gab, die allerdings mittlerweile durch Galaktische Seasons von allen Spielern gewinnbar sind. Nämlich Meisterin Ranos, Shea Wissler, Niko Okar und Paxton Rahl. Durch die Galaktische Season bekommt man übrigens ebenfalls immer wieder Begleiter, die man direkt holen kann. Fansail zum Beispiel ist ebenfalls ein solcher. Deswegen lohnt es sich immer die Galaktische Season mitzumachen. Die Begleiter kann man auch sehr stark machen, indem man sie bis zu Stufe 50 steigert. Dafür gibt es im Kartellmarkt auch einen sogenannten Token, der dies möglich macht. Oder man macht es halt mit Begleitergeschenke, um halt die Stufe der Charaktere zu erhöhen. Der Begleiter. Eine weitere Empfehlung zum Schnellleveln ist halt der portable Händler. Aus dem Vermächtnis tragbare Bank, beziehungsweise auch die Vermächtnisbank, beziehungsweise normale Bank. Oder auch mittlerweile mit dem neuesten Update, den Handelsmarkt-Truiden. Ja, das waren nur ein paar kleine Stichpunkte, die euch weiterhelfen sollen, ein bisschen schneller leveln zu können. Erfahrene Spieler, wie gesagt, haben es da ein bisschen einfacher, denn die wissen schon quasi, was sie machen, haben Automatismen auch drin, verinnerlicht, wie sie was machen. Wie gesagt, dieser Guide richtet sich an Neulinge, damit sie einen Ansatz haben, wo sie überhaupt anfangen können, schneller zu leveln. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit dem Video weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin Superslate, euer freundlicher Let's Player von E-Mann. Tüdelü!